Guten Morgen Leute, willkommen im nächsten Video. Wir machen uns jetzt gleich auf den Weg und zwar zum Brunchen. Ein bisschen was frühstücken, wir haben noch nichts gegessen außer Armando. Der nimmt sich einfach mal das Recht und isst schon mal einen Apfel. Ja klar, ein paar Mikros. Ein paar Mikros? Ja. Ein bisschen abdecken. Bist du müde oder was? Ja, schon noch. Wir waren gestern noch ziemlich lange wach und ihr müsst denken bzw. ihr müsst ja auch wissen, dass wir hier auch nochmal eine Stunde mehr geschenkt bekommen haben von der Zeit. Und deswegen waren wir noch ein bisschen länger wach. Wir haben vorhin noch versucht ein paar Yeezys klar zu machen bei adidas.com. Sind leider nicht durchgekommen. Jetzt ist es mittlerweile schon, wieviel Uhr haben wir schon? 10.40 Uhr. 10.40 Uhr. Und ja, wir haben gestern noch ordentlich was gegessen, ihr habt es ja gesehen. Aber jetzt geht es gleich erstmal weiter zum Brunch. Wir nehmen euch natürlich mit. Irgendwie wird das hier ein kompletter Foodtrip und danach treffen wir die Jungs zum Wettkampf. Der ist schon ein Monster, oder? Und Rico, was sagst du zum Londoner Wetter? Scheiße, Digga. Scheiße. Krasse Regen, Mann. Ich war doch vorhin gerade noch... Sack. Alles gut. Ich war doch vorhin gerade noch dazu benötigt, einen Regenschirm zu kaufen. Für? Für das gute Wetter hier, weil es zu viel regnet. Und zwar für 8 Pfund. Und mega... Solche Regenschirme, die ich bei uns in Deutschland für 1 Euro. Bei Teddy oder so. Aber... Wir suchen auf jeden Fall jetzt erstmal einen Platz, wo wir ein bisschen was frühstücken können. Wir haben noch nichts gefunden bisher. Und äh... Es scheint, als wäre da was. Aber auch unsere Leute, die laufen einfach weiter. Was ist denn das? Ist das schon die O2-Arena hier? Hey Patrick! Ist das die O2-Arena? Ja. Echt? Hier ist die Wettkampf. Tja Leute. Hier werden wir dann... Philipp und Ben anfeuern. Und Rosenberg. Und Rosenberg. Und äh... Ich ziehe euch das mal rein hier. So Leute, in der O2-Arena. Sieht schon mächtig geil aus hier drin. Ähm... Hier gibt's einige Freistationen. Und... Die anderen müssen sich aber noch Tickets holen. Ich hab mein Ticket schon. Ich konnte das online bestellen. Aber es gab ziemlich viele Probleme mit der Ticketbestellung. Weil die die Kreditkarte nicht angenommen haben. Äh... Bei der dritten Kreditkarte hat's dann mal geklappt. Und... Die anderen... Ja, bei denen hat's halt noch nicht so wirklich geklappt. Aber... Stehen schon in der Schlange. Sie holen sich jetzt ihre Tickets. Und danach gehen wir, denke ich mal... Hoffentlich. Endlich noch frühstücken. Was ist los Rico? Tickets kaufen, Digga. Tickets. Mein Name. Das ist dein Shop. Das ist mein Laden hier. Komplett. großer So Leute... Wir haben jetzt endlich was gefunden. Dass man was essen zu gehen... Wir werden dort ein bisschen All-You-Can vernaschen, da gibt es alles, soweit ich weiß, auch chinesisch und so, ne? Ja, ich glaub. Chinesisch, Italienisch. Guck mal, da steht's. Indisch. Ey, ich rufe voll Bock auf Indisch, Alter. Ohne Mist. Lass mal reingehen, wir schauen noch mal was zu. Ja, ja, ich rufe voll. Guck mal hier. Ey, eigentlich müssen wir hier vorkum machen, oder? Ist das Jimmy? Ich glaub nicht. Wo ist Victor? Die will gar nichts anziehen. Die will gar nichts anziehen, doch. Ah, ist gut aus, ne? Was ist denn da hinten? Ich seh schon, da hinten gibt's ne große Dessert-Ecke. Das ist ja Pizza. Pizza? Da gibt's Nachos mit Käse-Dip. Echt jetzt? Ja, man. Geil, man. Nachos mit Käse-Dip. Ich glaub, Leute, wir werden hier einiges vernichten. Also, seid gespannt, was es alles so auf meinem Teller geben wird. Nur für dich haben sie den gemacht. Denkst du süß an, oder was? Ja, ein Frühstück auslassen geht nicht. Deswegen erstmal süße Runde, und dann mit Salz. Boah. Leute, das sieht mega geil aus. Schöne und Salz-Schöne. Schöne und Salz-Schöne. Porretos, Pizza. Da gibt's Fried Chicken Wings. Alter. Da gibt's schon gute Aussagen. Ja, auf jeden. Reinhau jetzt. So, Leute. Gang Nummer eins. Ich mach's den Ladies nach. Ein bisschen süß. Alter, hab ich halt auch. Ja, okay. Aber Martina nicht. Und den? Ja, du hast schon gut rein, oder? Ja, klar. Chicken Wings? Wirklich Chicken Wings. Ja. Rico, das sieht gut aus. Chicken Wings sind sexy, Alter. Ich liebe Chicken Wings. Ich liebe Chicken Wings. Echt? Onion Wings. Potatoes. Würmchen. Tja, Mann, du hast dir was eingebrochen. Was zu deiner Verteidigung zu sagen? Äh, noch nichts. Ich liebe Drei, 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 ich liebe Drei. So, Leute. Heftige Press-Nakuse am Start. Auf dem All-You-Can-Buffet. Wir sind jetzt hier noch eben kurz bei Starbucks. Natürlich ein Kaffee für danach und die anderen haben es sich hier schon gemütlich gemacht. Wir haben hier keinen Fehler. Immer dieses Problem. Würde gern ein paar Snapshoft schießen, aber gerade ein bisschen tricky. Also weil es ein Arsch teuer ist, Alter. Eike, freut mich. Erwin, freut mich. Ich kenne dich schon mal. Ich kenne dich auch. Die sind hier im anderes Zimmer. Wer hat das denn hier gegessen? Ja, guckt jetzt mal. Das ist eine geile Sorte, Alter. Bananen-Eis mit wie auch immer raus eigentlich. Zwei Energy-Cakes. Und ins gute Licht gehen. 4.30 Uhr geht's los, hast du gesagt? Fangen wir los. Zimmerservice. Eike, geht's schon los? Hey, Mann. Volli! Schön, euch zu sehen, Alter. Heftig, bist du shredded. Wie geht's dir? Komm her, Mann. Brecher. Unglaublich, unglaublich. Schön, dass du da bist, Mann. Voll wie echt. Eikes Channel, ja? Mal Leute. Alles gut? Und die Sorte? Nee, behalten die. Ich mach die Passe. Ich mach die Passe. Ja, das hab ich bereit. Bis gut, Brecher. Ja. Na? Hast du noch eine Freundin gemacht? Ja. Achso. Nein. Ich esse nur Donuts. Kann ich euch gleich ein bisschen interviewen und so? Ja, klar. Also ich hab noch gar nichts zu filmen, seit ich nicht hier bin. Okay, gut. Ist dein Anzug da drin? Ich hab den bei Ben mit in diesen Anzughalter. Mein Ausweis hab ich da drin und meine Pfundi. Ersatz da hier. Herzlich Willkommen. WBFF. Come on in, Mann. Okay, die Passe, bitch. Und zwar in. Ja, wie geht es hin und das so? Jetzt. Wenn du gerne mit auf ihre Facebookstelle. Mein Ausweis auf dieses Video warstisson. Wenn du in Funkstelle durchschraubstarten oder so? Das. Ein Ausweis aufsatzteckarten. Aber der ist in den Spann da. Es war eine gute Fahrt. USe ein Ausweis aufsatztecktt. Das ist vielleicht. Let's welcome number 525 Phil Steyer 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 Wuhuuu! Also morgen, geil ist so ein Vorher-Nachher-Bild, aber ich tausche das an. Weißt du, im Internet schreibe ich Vorher, dann Nachher. Du weißt, wie ich meine, Gerne. Stimmt, du müsstest ja übelst die Wains haben jetzt. Nee, Digga, da ist überhaupt nichts Wains. Hallo, 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 wie geht's? Super geht's! Ich weiß noch mal, das wird mit Fletten drauf gemacht.